Junge, was willst du denn werden, wenn du mal groß bist? Ich will ein Baum werden. Oder Erisa. Warum möchtest du denn ein Baum werden? Ja, damit ich eines Tages ein Stumpf werde, sobald ich gefällt bin. Dann ist alles nämlich Stumpf. Stumpf, 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 lalalalalala. Okay, da sind ein paar Taucher. Ne, Taucher nicht, hier. Einfach stinknormale Schwimmer, um die ich mich jetzt auch sofort kümmern werde. Vorbei. Nein, da möchte ich mein Geld nicht für verspenden. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich hörte einen Delfin, was geschah. Alter, ist der schnell! Komm, hau ab! Okay, der ist definitiv gefährlich. Aber mit Sicherheit hat auch der eine Schwachstelle. Äh, Matsch, Matsch, Matsch. Matsch, Matsch. Matsch. Weißt du, funktioniert was? Es funktioniert. Wie geil ist das denn? Ich setze einen brennenden Stumpf auf ein Seerosenblatt aufs Wasser und es funktioniert alles. Burn! Genial wäre ja, wenn er verbrennen würde, wenn er, wenn er versucht, meinen Stumpf zu fressen. Sagt, du hast sich das Maul verbrannt. Das klingt einfach zu genial. Jetzt bist du mit dem Stumpf. Es ist ein, naja, es heißt Zunderholz, aber ich nenne es einfach nur brennender Stumpf. Ich weigere mich, es Zunderholz zu nennen. Da weigere ich mich konkret gegen. Tschüss, mein Freund. Stumpf ist ja auch viel sympathischer. Eben. Ich finde, Stumpf klingt viel, viel freundlich. Nicht du schon wieder! Und, nein! Was? Der kann... Der springt nicht ernsthaft... Der hat mein Stumpf nochmals gefressen! Der muss ja eine aktive Magenwand haben und der kann einfach mal über meine Sachen drüber springen, der verdammte Penner. Äh. Äh! Ja, Zombie ist richtig. Du bist der Beste. You are the champion. Der hat eben echt noch voll die Hand in die Luft gestreckt, so nach dem Motto, ja, ich bin der Beste. Alter, dieses Spiel ist so stumpf! We are the zombies, my friend. Das müsste es eigentlich auch geben. Wieso gibt es das nicht? Ja. And we will keep on fighting against the plants. Burn! Verbrenn euch! Einfach, weil ich es kann. Wie viel Schaden dieses Feuer denn einfach mal macht, ey? Vier! Es macht ja vier. Ich bin schon wieder. Tschüss! Noch so ein Scheißvieh on. Guck, 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 guck. Guck, 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 guck. Ist nicht? Du Junge, dreh dich durch. Mann, was sie sich doch alle einfach mal erlauben. Nee, ich höre ihn schon wieder. Ich höre den Penner schon wieder. Und ich habe wenig Geld. Oh, shit. Na, was heißt eigentlich Geld? Sonne eigentlich. Dieser verdammte Delfin! Na, komm. Den lasse ich durch. Was mache ich denn hier? Dumm. Der bleibt gar nichts. Wissen wir. Tschüss. Genug gegessen. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Komm. Ess die doch. Ess die doch, du Penner. Tschüss. March. Einfach aus Protest. Was zur... Schützen. Hochwallnuss. Massive Mauer, die nicht übersprungen werden kann. So. Das ist eine fette Nuss. Oh, scheiß. Eine riesige... Sag ich ja. Riesen Nuss. Ach, und jetzt kommen sie hier mit den ganzen Sprengern. Da ist ein Delfin. Hier ist ein Stapo-Springer. Hier ist der Kerl. Ach, nee, Mann. Aber zum Glück keine Taucher. Gucken wir mal ins Lexikon. Wir haben ja wieder einiges Neues bekommen. Nämlich Stachelkraut. Stachelkraut steht total auf Hockey. Er hat sogar eine Saisonkarte. Er weiß alles über seine Lieblingsspieler. Er räumt regelmäßig auf den Hockey... Ähm... Bei den Hockeywetten im Büro ab. Es gibt nur ein Problem. Er hat panische Angst vor Pucks. Macht das Sinn? Nein. Doch. Weil. Deswegen. Gut. Zunderholz. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ja. Alle mögen und respektieren Zunderholz. Wegen seiner... Inti... Was? Integrität. Und weil er die Wirkung von Erbsen und Antivir... Was? Antivir hat sich gerade wieder bei mir aktiviert. Ach so, ich dachte schon, du hast Antivir freigeschaltet. Ja. Jetzt hätte ich direkt ein verkauftes Item. Er hat aber ein Geheimnis. Er kann nicht lesen. Aha. Oh Gott. Seine Arme sind ab. Hochwalnuss. Mal gucken, was sie sagt. Viele müssen... Was? Viele wüssten gern, ob eine Realität zwischen Walnuss und Hochwalnuss besteht. Hochwalnuss lacht mit einer tiefen Stimme. Wieso sollten wir uns nicht verstehen? Wir sind Brüder. Ich habe Walnuss viel zu verdanken. Dann schweigt Hochwalnuss und lächelt. Was steht da nicht hier bei den Doppelsonnenblumen? Doppelsonnenblume entstand bei einem verunglückten Experiment mitten in der Nacht. Donner krachte, seltsame Lichter flackerten und sogar der heulende Wind schien seinen Unmut lauf zu lassen. Doch vergeblich, Doppelsonnenblume lebte. Sie leeebt! Das ist so doof, das Spiel, ey. Was? Zombie-Bob-Team? Okay, offenbar gut, dass ich ihn hier nie zu weit habe kommen lassen. Einer verhalten jedoch seine Art nach einem... Warum hat ein Zombie... Das Bob-Team hat davor geschuftet. Er lebt zusammen, frisst Gehirne zusammen und bildet eine verschwörende Zombie-Einheit. Ja, und was ist für den Delfin-Reiter? Ausdauermittel, Tempo schnell nach Sprung langsam, Besonderheit, springt über die erste Pflanze, die er trifft, taucht nur im Pool auf. Der Delfin ist ebenfalls ein Zombie. Was? Der Delfin ist ein Zombie? Ja, der Delfin ist ein Zombie. Zombie-Delfine! Der sieht auch schon so aus. Wie das halt so üblich ist in der Natur. Ja, natürlich. So, was ist das denn? Ich spar. Ich spar weiter. Das brauche ich. Das brauche ich. Ich muss jetzt echt überlegen. Hier kommt eine Menge. Die brauche ich. Die und die. Und den. Wobei, letztes Mal bin ich nicht mal dazu gekommen, richtig Pflanzen zu setzen. Entschuldigung. Kein Problem. Ich muss wohl auf die, auf den Matschkürbis verzichten. Los geht's. Mein Hake. Hake. Hake? Und mal einen Moment mal kurz. So, geht sofort wieder weiter. Ich schneide ja immer ganz gern mitten in der Aufnahme einfach so. Es macht einfach so Spaß. Ich denke mal, da kann mir jeder Let's Player zustimmen, dass es einfach nur Spaß macht. Einfach mal mitten in der Aufnahme zu schneiden. Alright. Wieso geht der erste Zombie ja nicht immer direkt auf meine Hake los? Sind da hergestiegen, Haken? Tududum. Tsch. Ja, ja, ja. Ist ja gut hier. Nimm lieber Erbsen, sind gesünder. Blöpp. Blöpp. Ist nicht. Du kannst gar nicht mehr Brains sagen. Du bist tot. Du hast keinen Kopf mehr. Merkt ihr dies? Biu. Tsch. Vor allem, wie die Hochweilnuss auch guckt, ey. Und ja, ich versichere mir jetzt zuerst meinen Wasserweg ab. Weil ich habe jetzt gelernt, die Zombies mögen offensichtlich meinen Wasserweg. Und ich bin da irgendwie zu doof, da mal was ordentliches hinzusetzen. Ähm, Junge? Muss ich dich erst dazu bringen, auszusterben? Right. Right. Äh, du bist gerade sehr nervig, mein Freund. Entschuldigung. Nicht du. Gott, habe ich gerade dumm gelacht. Verdammt. Tschu. Da ist er. Da ist er. Da kommt einer. Der will springen. Aber ich werde ihn nicht lassen. Ich werde ihn nicht lassen. Hochweilnuss. Halt ihn auf. Dodge. Voll gegengeklatscht. Loser. Lass es dir doch mal schmecken. Genieß doch mal. Das ist auch so ein Bob. Weißt du? Hier. Bäm. Bäm. Einfach anzünden. Psch. Äh, da sieht gut aus. Da sieht auch gut aus. Das sieht gut aus. Alles muss gut aussehen und perfekt similisch sein. Ja, ja. Ich gucke zu viel Soul Eater. Müsst ihr mir nicht sagen. Und dafür spielst du Zombies und Pflanzen. Das ist eigentlich voll tiefgründig. Im Grunde ja. Weil du isst quasi ihre Sehnen, weißt du. Das ist so ein Wortspiel. Hm, bei der Betrachtung. Ganz schön tiefsinnig. Stand das auf deiner Cornflakespackung? Das war so ein Spruch. Der hat mich mal irgendwo aufgegriffen. Welchen? Ganz schön tiefsinnig. Stand das auf deiner Cornflakespackung? So ähnlich. Hm, hm. So. Blipp. 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 So. Die Mauer steht. Hochwaldnuss ist aber radikal. Der lässt dann sich essen und essen und essen. Und es fehlt ihm jetzt sogar schon ein Stück. Und es scheint ihn nicht zu jucken. Ein schön harter Kerl. Stopp. Ah, das sehe ich nicht ein, Junge. Oh, shit. Shitnuss. Okay, der ist doch kein Problem. Ihr springt alle dagegen. Ihr seid schlecht. Ähm. Ja. Tschüss. Ich mag diesen Schlingtank. Den setzt echt vor jemanden und der denkt sich dann... Nein, ich werde ihn abgenzogen. Im Grunde ist das Spiel voll brutal. Ficke, warum? Ich meine... Ja, doch. Schon gut. Ich bin wieder so dumm gelacht. Das geht. Das geht. Das geht. Ich will auf jeden Fall von dir einen Schlag ins Gesicht kriegen, wenn ich so dumm lache. Das könnt ihr nicht. Ich komme da unten nämlich gar nicht an. Tsch. Ja, der war gut. Da muss ich mich auch mal entschuldigen. Ich habe nämlich mal so einen Witz bei meinem Rollercoasterpark gebracht. Nämlich, ob du bei den ganzen Bahnen überhaupt mitfahren darfst. Ach, ich glaube, es gibt mittlerweile keinen Kanal mehr, wo das nicht mindestens einmal irgendwie gemacht wurde, lustigerweise. Also, Sui-Witze sind schon irgendwie so Standard geworden, so wie die Deine-Mutter-Witze. Ich wollte gerade sagen, glaub oder nicht, ich wollte gerade sagen, dass die Sui-Witze lösen die Deine-Mutter-Witze ab. Wer braucht schon noch Deine-Mutter-Witze, wenn man Sui-Witze hat? Geil. Ja. Ja, Delfinator, spring da mal rüber. Delfinator, die geht hier zu. Bezahl, Delfinator. Oh, du bist schlecht, mein Freund. Was gut ist, an meiner Walnuss kommen sie schon mal alle nicht vorbei. Oh, wie süß. Er hat zwar noch den selben Gesichtsausdruck, aber ihm läuft eine Träne runter. Oh, armer Nussi. Keine Angst, Nussi. Triple Shot. Jetzt dreh ich auf hier. Ich steh auf, ich dreh auf. Ich hau dir jetzt auf Nase. Ähm, würde mir das nicht gefallen, schrub aus. Bitte. Hör auf, die Nuss zu essen. Aber er bleibt standhaft. Würdigen wir diesen Krieger. Walnuss. Ne, Hochwalnuss. Der edle Krieger. Der so edel ist, dass er seine eigene Kochshow bekommt. Ich hätte auch gerne eine Kochshow. Ich auch. Aber ich kann nicht kochen.